Tja, Sonntagmorgen, ich merke schon direkt, es läuft nicht ganz so wie es sollte, deswegen kommen wir auch direkt zum nächsten Gaming-Headset-Test, in diesem Falle das brandneue Lloyd State G Pro X. Das kostet 129 Euro, gibt es allerdings auch in einer Nicht-X-Version für nur 99 Euro, bei der allerdings verzichtet er meiner Meinung nach nahezu komplett auf das sonst relativ üppige Zubehör, das wir uns jetzt einmal genauer ansehen. Also was ihr in beiden Fällen bekommt, ist natürlich das Headset, dann standardmäßig angebrachte die Lederpads, das normale Kabel hier, das mir relativ gut gefällt, weil es ein Mute-Switch hat und ein sehr schön funktionierendes Lautstärke-Rad, Kabelqualität gefällt mir auch gut. Dann natürlich auch in beiden Fällen erhältlich das Blue-Microphone, das abnehmbar ist, auch sehr, sehr flexibel, auch wenn es jetzt aussieht wie jedes andere auf dem Markt, macht es einen guten Job. Dazu allerdings später noch mehr. Allerdings, dann kommen wir zu den Unterschieden, denn bei der X-Version gibt es hier noch ein mobiles Kabel mit Inline-Mikrofon, dann bekommt ihr dort auch die Velour-Pads und die Tragetasche. Der größte Unterschied allerdings liegt wahrscheinlich bei dem Dongle des X, der eben Blue Voice unterstützt. Mehr dazu auch noch später, würde ich sagen, schieben wir das Ganze mal zur Seite und schauen uns jetzt eben mal das Headset selbst ein bisschen genauer an. Wenn wir es uns so mal ein bisschen genauer ansehen, denke ich mal, fällt die direkt auf, welchen es sehr, sehr ähnelt. Zumindest inspiriert von wurde, das wäre das HyperX Cloud Alpha und auch das Cloud 2. Da ist allerdings auch nichts falsch dran, denn ein bisschen Eigenständigkeit ist beim Design dabei und wenn man schon kopierte, dann das beliebteste Auto. Also das passt meiner Meinung nach. Und was eben auch absolut passt, ist die Verarbeitung, die ist top. Also die Materialien fühlen sich super an, auch super verarbeitet und alles wirkt hier wie aus einem Guss, gefällt mir sehr, sehr gut. Hier bei der Kopfrasterung hätte ich vielleicht gerne eben ein bisschen spürbareres Rastern, genauso wie auch bei den HyperXs. Es ist zwar schön, dass wir Markierungen haben, allerdings mit Zifferung, Bezifferung wäre das meiner Meinung nach noch schöner gewesen. Ansonsten schöne Materialien, gefällt mir alles sehr, sehr gut. Gibt es hier noch zu erwähnen, dass das nicht allzu sehr irgendwie drehbar ist, im Prinzip nur ein ganz kleines bisschen spielert, aber das reicht völlig aus. Dann sehen wir natürlich noch die Kabel hier, sehen dann auch noch eine sehr, sehr schöne Polsterung. Hier unten dann 3,5 mm Klingeinschluss, denn das Kabel ist natürlich austauschbar. Hier wird eben das Headset-Mikrofon angebracht. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir schon zu den Pads, allerdings hier noch kurz vorher zu den Melo-Pads. Die sind sehr, sehr soft und das Material fühlt sich sehr, sehr schön weich an. Das ist zwar schön und bequem, auch mit dem Ausschnitt groß genug, allerdings ist das Ganze eben so weich, dass es relativ stark nachgeht. Und in meinem Fall zumindest, wie bei vielen anderen Headsets allerdings, liegt das rechte Ohr hier hinten ein bisschen an. Bei den standardmäßig erhältlichen Leder-Pads allerdings sieht die Sache ein bisschen besser aus, auch wenn dort auch beim rechten das ganz bisschen anliegt. Wie schon gesagt, eben bei vielen anderen auch, bietet das meiner Meinung nach eben eine bessere Isolierung. Das ist natürlich relativ klar. Allerdings werdet ihr dort auch schwitzen. Und deswegen finde ich es eben super, dass ihr bei der X-Variante die Alternative habt. Gerade vielleicht im Sommer zu nutzen, wäre dann eben die Velour-Pads ein bisschen auf der bevorzugteren Seite, weil ihr dort bei Weitem kein so schwitzendes Problem habt. Ich würde sagen, ich ziehe sie direkt mal an und stelle sie mir mal kurz ein. Könnt ihr sie jetzt hier ein bisschen genauer ansehen. Also ich muss sagen, mir gefällt es, dass sie relativ nah am Kopf anliegen. Dadurch sehen sie sehr, sehr zent aus. Und von der Anpresskraft an der Seite sind sie meiner Meinung nach nahezu ideal gewählt. Also der Druck ist nicht zu stark, aber definitiv stark genug, dass sie eben auch stabil sitzen. In der Velour-Variante muss ich sagen, gefällt es mir halt, dass die einerseits nicht wirklich stark isoliert. Also ich höre mich im Prinzip sehr, sehr natürlich, was mir zugutekommen würde, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalten wollen würde. Denn das ist ja sonst bei einem Geschlossenen nicht ganz so meine Vorliebe. Allerdings bei den Geschlossenen, ich meine bei der Ledervariante gibt es zu sagen, dass diese deutlich besser anliegt. Ihr habt eine deutlich stärkere Isolierung. Die ist allerdings auf einem klassentypischen Level. Und ich finde sie leicht bequemer, weil sie eben schöner abschließen und so weiter und auch ein bisschen dicker sind. Und das wäre im Prinzip meine einzige Kritik hier. Entweder die Velour-Pads ein bisschen dicker machen oder fester. Oder vielleicht beides nur ein bisschen so als Kompromiss vergrößern und versteifen. Dann hätte man kein Problem am Anliegen und hätte auch sonst keine wirklichen Nachteile. Lederpads im Prinzip das gleiche so, aber da ist es nicht ganz so ein krisches Problem. Aber wie schon gesagt, die Polsterung oben ist super und ich habe ja von Haus aus keine hier angebracht. Sind sie sehr bequem, auch auf lange Zeit. Schwitzproblem ist eigentlich nicht mehr Problem als irgendwo anders. Die Isolierung ist im Prinzip auch auf einem normalen Level. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir im Prinzip schon zum nächsten Punkt. Und das wäre die Software, die wir uns ein bisschen genauer ansehen. Wobei, viel gibt es da nicht zu zeigen. Wir haben drei Tabs. Einmal Mikrofon, zu dem ich später noch im Detail komme, gibt es dann noch Equalizer. Einen Fünfband Equalizer, bei dem ihr natürlich Presets abspeichern könnt. Auch abrufen. Allerdings könnt ihr sie sogar teilen im Internet. Auch von Freunden runterladen oder die eben eures. Finde ich eine recht schöne Sache. Das Ganze funktioniert übrigens auch bei dem Mikrofon. Und bei Akustik haben wir dann eben eine Lautstärkeregelung für das Headset selbst. Für das Mikrofon. Und Side-Tone. Hintergrundrauschen könnt ihr entfernen. Und eben auch noch Surround-Sound aktivieren. Das dann allerdings funktioniert nur bei der X-Variante. Wobei ich sagen muss, dass mir das nicht wirklich gefällt. Deswegen würde ich sagen, Oldschool-mäßig bleibt bei Stereo. Denn das Surround funktioniert hier nicht ganz so gut. Würde ich sagen, kommen wir jetzt schon zu dem Dongle. Bei dem ich sagen muss, dass mir dieser bei der Power ein bisschen zu gering ist. Ich hätte gern ein bisschen mehr Lautstärke. Allerdings ist dieser schon ein bisschen besser als ein paar andere auf dem Markt. Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, ein Creative H6 war da besser dran. Aber zum Beispiel, okay, das ist jetzt ein Wireless-Headset. Sennheiser GSP 670, das ich gerade aus dem Test hatte, war nochmal ein gutes Stückchen leiser. Was dort allerdings relativ gut ist, ist die Verstärkung oder eben die Leistung bei dem Mikrofon. Auf das wir dann jetzt ein bisschen genauer im Detail angehen. So, und jetzt kommen wir zumindest für mich zu dem interessantesten Part dieses Videos, dem Mikrofon-Test. Denn das ist für mich so hier das Highlight. Und deswegen nehme ich mir auch ein bisschen mehr Zeit. Allerdings, bevor wir zu diesem kommen, möchte ich noch kurz sagen, dass ich ja meine Videos generell mit OBS aufnehme. Allerdings, wenn ich dieses Mikrofon nutze und nicht vielleicht optimal eingestellt habe, gerade über OBS, ich bemerkt habe, dass der Sound obenrum ein bisschen zum Ausfransen und auch Verzerren neigt. Deswegen nehme ich parallel noch mit dem Voice Recorder von Windows auf. Denn dort ist die Qualität aus irgendeinem Grund ein bisschen besser. Ich hoffe allerdings, ich habe jetzt die Einstellung auch optimal getroffen. Denn wie schon gesagt, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Gerade Position des Mikrofons und so weiter und so fort. Ja, schauen wir uns jetzt allerdings mal die Software ein bisschen genauer an. Und natürlich habt ihr die ganze Blue Voice Technology eben nur verfügbar bei dem X. Was ein bisschen unverständlich ist, da das Ganze im Prinzip ja nur eine Software-Sache ist. Ich denke mal nicht, dass da wirklich so viel vom Dongle selbst gemacht wird. Bei der Software allerdings gefällt mir, dass wir hier einen Mic-Test haben. Das heißt, wir können ein Sample von 30 Sekunden aufnehmen und dann eben Blue Voice jeweils bei diesem Sample aktivieren und direkt die Unterschiede jeweils bei dem gleichen Sample anhören. Und was ich hier vielleicht am spektakulärsten finde, ist, wenn man Advanced Controls einschaltet, die ganze Anzahl an Optionen, die man bekommt in Form von einem High-Pass-Filter, jeweils dann immer auch hier oben noch eine Erklärung, was dieses genau macht, falls ihr euch hier nicht so gut auskennt, dann gibt es Noise Reduction, Expander und Gate, De-Esser, Compressor, Limiter. Und natürlich auch sehr, sehr schön zu sehen ist ein Voice Equalizer. Natürlich habt ihr hier allerdings, wie ihr schon an der Seite sehen könnt, ein paar Pro- oder Broadcaster-Presets, von denen ich jetzt mal ein paar auswähle. Allerdings wird die Aufnahmelautstärke dort immer separat eingestellt, also darauf jeweils achten. Also deswegen könnt ihr die Lautstärke hier in dieser Demo auch durchaus ein bisschen variieren. Zum Beispiel hier noch London Spitfire Profit, auch TSS MÜV. Könnt ihr allerdings auch, so wie ich das sehe, eigene Profile abspeichern und teilen, aber auch welche zum Beispiel von Freunden laden. Dann gehen wir mal kurz durch diese durch. Wir haben hier AM Radio, wir haben Broadcaster. Broadcaster, gerade eins und zwei, gefallen mir sehr gut. Vielleicht noch ein bisschen Feintuning und ihr habt ein wirklich sehr, sehr schönes Paket. FM Station, ja, falls ihr diesen Style eben mögt, gibt es. Dann, das gefällt mir relativ gut, High Voice Laut, wobei mir das dann oben ein bisschen zu dumm wirkte. Dann haben wir High Voice Soft, das wiederum gefällt mir schon sehr gut. Auch Low Voice Laut und mein Favorit, den ich jetzt erstmal mal anlasse, ist eben Low Voice Soft, denn das gibt meiner Stimme ein bisschen mehr Fülle, allerdings ohne irgendwie auf Details oben rum zu verlieren. Und deswegen muss ich einfach allgemein sagen, mir gefällt die Güte, wenn wir das gerade nochmal ausschalten, des Mikrofons ab Werk schon sehr gut. So eben würdet ihr den Klang bekommen bei dem Logitech G Pro oder wenn ihr es an der PS4 nutzen müsst oder könnt, weil ihr dort eben den Dongle nicht habt und Blue Voice nicht zur Verfügung stehen habt. Deswegen sage ich einfach nur, qualitativ an sich gefällt es mir schon sehr, sehr gut, denn es ist sehr, sehr clean. Ihr habt nahezu gar keinen Hintergrund rauschen. Die Noise Isolation, also gegenüber den Geräuschen, die ihr sonst draußen so hört, ist jetzt nicht so extrem. Also zum Beispiel hier mal kurz die Demo von der Tastatur. Also das filtern andere doch schon deutlich stärker aus, aber ihr habt eben hier den meiner Meinung nach besseren Klang und das Ganze wirkt immer noch nicht zu extrem. Was mir dann auch sehr gut gefällt, ist, dass Plosionsgeräusche und auch gerade Atemgeräusche hier absolut natürlich wieder gegeben werden. Also ihr habt ja nicht wie bei vielen eben dieses übertrieben Bassige und das Gleiche ist eigentlich im Prinzip, auch wenn eben leicht verstärkt, je nachdem eben was für ein Profil ihr geladen habt, so auch bei Blue Voice erhältlich. Ob das Ganze jetzt eben nur bei der X-Variante mit dem Dongle möglich gewesen wäre oder auch ohne, ist jetzt vielleicht dahingestellt. Aber ich persönlich finde es schön, dass ihr eben sehr, sehr Flexibilität habt, das Ganze anzupassen und deswegen finde ich das Mikrofon auch sehr gut. Ich habe allerdings auch, wie ich gleich noch erwähnen werde, nicht allzu viele wirklich gute getestet und deswegen ist das halt eben mit einem recht guten Abstand das Beste und mir gefällt es sehr, sehr gut. Gerade eben allerdings auch, wenn gut eingestellt, gibt es hier nichts wirklich, was ich kritisieren könnte und deswegen, ja, weiter geht's. So, Mikrofon habt ihr gehört und ich muss einfach sagen, da ich nicht allzu viele sehr gute getestet habe bei Headsets, ist das eben mit einem recht guten Abstand das Beste, was immer das dann heißen mag. Aber ich habe nicht wirklich was zu bemängeln. Ihr müsst halt ein bisschen vorsichtig sein, wie ihr es einstellt, damit es eben nicht zum Verzerren kommt. Aber ansonsten habt ihr eben ein deutlich breiteres Frequenzspektrum, was eben auch meiner Meinung nach einen klaren, schöneren Sound mit sich bringt. Ein leichtes Ausfransen oben rum gibt es dann zwar, aber das war es dann auch schon. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Klang. Bei der Bühnenbreite und dem Imaging, muss ich sagen, ist es gerade eben mit den Lederpads, auf die ich jetzt eben eingehen werde, hauptsächlich auf der leicht kleineren Seite der Bühne. Also die ist ein bisschen enger. Allerdings, was mir hier so gut gefällt im Vergleich zu ein paar anderen Headsets in der Preisklasse, ist, dass diese kleinere Soundbühne, die natürlich auch durch das, dass es ein geschlossen ist, geschlossen wirkt, sehr, sehr in sich selbst stimmig wirkt. Also ihr habt eine kleinere Bühne, aber innerhalb dieser wirkt alles ein bisschen homogener und ihr könnt meiner Meinung nach besser lokalisieren, woher etwas kommt. Also es ist kein Riesenvorteil, aber gerade wenn ihr okay seid mit einer kleineren Soundbühne und dafür mit einer leicht besseren Lokalisierung gefällt mir das besser. Dann wiederum gibt es allerdings natürlich geschmacksabhängig Unterschiede, zum Beispiel mit einem offenen, wie zum Beispiel den Sennheiser HD 58X. Die kosten allerdings auch 180 Euro, werde ich später noch bei den Alternativen erwähnen. Haben die eben auch keine breite Bühne, aber eine deutlich offenere. Und das gefällt mir persönlich besser, wenn ich eben die Boundaries der Brünenbreite nicht so spüre. Aber aus bestimmten Gründen bevorzugen manche eben geschlossene Headsets, auch wenn sie eben die Isolierung haben wollen oder in lauten Räumen spielen, macht das durchaus Sinn. Und dann würde ich sagen, bevorzuge ich diese ein bisschen, denn gerade bei Rennspielen oder auch aber bei Shootern, wie schon gesagt, wirkt ja das stimmiger. Und das hat mir relativ gut gefallen. Imaging war auch sehr, sehr gut. Und wenn wir jetzt zum Beispiel schon auf Shooter eingehen, ihr könnt wie beim Prinzip jeden natürlich Schritte hören. Und die Lokalisierungsunterschiede, gerade in dieser Klasse, sind nicht riesig. Also man hört bei dem ein bisschen klarer genau, wo etwas heißt. Aber dann zum Beispiel gibt es noch eine Klasse höher, zum Beispiel mit einem Biodynamic M300X, wo ich eben aus irgendeinem Grund schon fast fühlte, als ob es sich um Magie handelt. Denn dort birgt es, als ob man Gegner eben noch orten kann und dann spüren kann, dass Wände dazwischen sind oder was genau da abgeht. Die sind allerdings auch ein bisschen teurer, aber ist auch nicht jedermanns Sache. Und die sind dann auch kein so guter Allrounder, wenn es so Musik und Spiele und so weiter geht. Und das bringt mich jetzt eigentlich schon zu den Allgemeinqualitäten hier beim Spielen. Denn was mir hier gut gefallen hat, dass sie nicht nur für Shooter gemacht sind, allerdings eben hier in beider Hinsicht. Denn ihr könnt actiongeladene Shooter gut spielen, denn der Bass ist ja stark genug. Wobei sie jetzt nicht den stärksten Bass haben, wie zum Beispiel die G933 von Logitech. Aber sie sind auch nicht zu extrem eben Bassam oder so weiter, dass ihr jetzt nur auf Shooter ausgelegt habt. Also hier ein guter Kompromiss. Ihr könnt in beide Richtungen gehen. Je nach Preset eben ausgestellt, könnt ihr euch das anpassen. Aber ihr habt einen sehr, sehr guten Allrounder. Aber nicht nur für Shooter, sondern für mich gerade schön zu sehen für Rennspiele. Denn dort ist mir zum Beispiel aufgefallen, als ich es mit 5, 6 anderen Kopfhörern probiert habe oder verglichen habe, dass hier zum Beispiel gerade bei Dirt 2.0 die Motoren am kernigsten klang. Und auch die ganze Atmosphäre wirkte hier mitten im Geschlossenen einfach irgendwie runder und passender. Deswegen hat mir das hier wirklich gut gefallen. Wie schon gesagt, wir reden hier über Nuancen, aber es ist ein sehr gutes fürs Spielen. Aber es macht auch nichts irgendwie weit um Welten besser als andere. Wo ich dann allerdings sagen muss, was es im Vergleich zu ein paar zumindest ein Stückchen besser macht, ist das Verhalten bei Musik. Denn die meisten, ich würde mal sagen, Hardcore Gaming Headsets sind eben absolut auf Spielen abgetrimmt und können dann keine wirklich so nuancierte oder feine Wiedergabe von Musik bieten. Diese können das. Also ihr habt ja auch hier einen schönen knackigen, jetzt nicht extrem punchigen, aber gut voluminösen, auch relativ schön warmen Bass mit einem guten Subbass. Eine absolut schöne Präsenz, ohne dass es irgendwo reinblutet oder auch irgendwas Sonstiges, wirkt das Ganze noch für den Mainstream noch relativ dezent gesoundet, aber spürbar und wirklich sehr, sehr angenehm. Die Mitten kommen gut rüber, Stimmen haben ein schönes Volumen. Auch die Höhen sind sehr klar, detailliert genug, ohne ansatzweise irgendwie scharf zu wirken, schrill zu wirken, anstrengend zu wirken. Also auch stundenlanges Spielen ist hier absolut gegeben. Der Impact, wie schon gesagt, bei Explosion ist jetzt nicht so extrem, aber ihr seid ihr definitiv auch bei Spielen wie Doom sehr, sehr gut beraten und dann gefällt es mir eben, dass gerade Motoren-Sounds hier ein bisschen kerniger wirken. Aber bei Musik ansonsten kann es alle Genres, selbst klassische Musik könnt ihr ja durchaus hören. Es wirkt eben ein bisschen gefärbt, aber auf eine sehr, sehr angenehme Art und deswegen würde ich sagen, liste ich euch hier schon mal die Vor- und Nachteile und komme eigentlich schon zum Fazit. Und ich muss sagen, für die 100 Euro bei der Nicht-X-Variante bekommt ihr ein schönes Headset, das momentan, weil es eben noch neu auf dem Markt ist, eben ein bisschen teurer ist als zum Beispiel Konkurrenten, wie zum Beispiel das HyperX 2, das Cloud Alpha oder auch vielleicht die vor kurzem als getestet CREATIVE H6. Allerdings würde ich sagen, würde ich es rein klangtechnisch leicht über diesen ansiedeln, weil es einfach ein bisschen für mich eine kleinere, aber stimmigere Bühne bietet. Die Klangbalance ist noch ein bisschen schöner abgestimmt, die Klangqualität selber auch, also die Treiber haben sie wirklich sehr schön abgestimmt. Von der Verarbeitung absolut bin ich angetan, auch Komfort. Und dann eben, dass ich die Option habe, bei der X-Variante dann allerdings die Velour-Pads zu nutzen, was im Sommer angenehm ist. Und dann natürlich nicht zu vergessen, natürlich auch eben in diesem Fall hier, nur bei der X-Variante erhältlich wäre Blue Voice. Das, wenn man eben ein bisschen für sich selbst angepassteren Klang haben will, man diesen dort bekommt. Okay, das Ganze funktioniert zwar eigentlich nur auf Basis von Software, anstatt auf Hardware, die ihr ja extra, da ihr den Dongle bekommt, ihr habt. Aber da das eben nur über Software funktioniert, verstehe ich nicht ganz, wieso die nicht X-Variante. Das hat aber bei einem Aufpreis von 30 Euro, finde ich, bekommt ihr einfach so viel extra Zubehör, dass es eigentlich das schon wert ist und ihr bekommt eben die Option mit dem Dongle, ob ihr diesen dann nutzen wollt oder nicht. Aber ganz kurz nochmal zur Konkurrenz. Kommentend würde ich sagen eben, wenn ihr die Möglichkeit habt, eben einen HyperCloud X Alpha oder einen Cloud 2 zu nehmen, würde ich zu diesen hier greifen, wenn mir eben das Mikrofon von der Qualität wichtiger ist. Denn ich persönlich bevorzuge es einfach auch, wegen, wie schon gesagt, dem leicht kernigeren Sound, der leicht stimmigeren Soundbühne, denn verarbeitungstechnisch, Komforttechnisch und so weiter, geben diese nicht viel. Deswegen, den Extra-Preis ist es jetzt für manche vielleicht wert, für manche nicht, denn es ist nicht momentan noch zumindest das günstigste Headset. Da müsst ihr vielleicht noch ein bisschen warten, aber da es gerade erst draußen ist, nehme ich mal an, Richtung Ende des Jahres, sind die dann preislich ähnlicher. Und dann kommt es eigentlich auf den persönlichen Geschmack an. Wie gesagt, bei den HyperX, das sind die Mikrofone halt nicht so gut. Deswegen, wenn euch das wichtig ist, greift ihr eher zu dem. Dann zum Beispiel noch das Creative H6, hat leider zwar auch, also nicht leider, aber hat eben auch so eine Art Velourpads. Diese sind allerdings ein bisschen rappeliger, nicht ganz so bequem, dafür allerdings auch tiefer, Ohren liegen nicht an, es sitzt auch gut, hat auch einen Klang in etwa auf dem HyperX-Niveau, vielleicht ein bisschen besser und gerade durch die sehr, sehr flexible Software auch noch ein bisschen eher anpassbar, hat Surround-Sound und so weiter und so fort. Ist auch ein wirklich schönes, hat auch ein Mikrofon besser als die HyperX, ist aber eben bei weitem nicht das Level. Und dann auch vielleicht eben zwei Alternativen, die preislich allerdings auch höher angesiedelt werden. Wie schon erwähnt, Sennheiser HD 5 8X, kostet allerdings auch 180 Euro, ist eben nur ein Kopfhörer, dafür allerdings ein offener, dadurch sowieso schon nicht direkt vergleichbar, muss auch importiert werden, aber läuft über Massdrop eigentlich direkter. Wäre meine erste Wahl momentan, so als Preis-Leistungs-King, wenn ihr wirklich schon hochqualitativen Klang haben wollt, also nochmal definitiv ein, zwei Stufen höher hier, gerade weil es einfach alles offen und frei wirkt, mit einfach ein bisschen filigranerem Klang, wegen besseren Treibern und so weiter. Da noch zu erwähnen eben die Biodynamic MM300X, die ja eben DT770er sind. Da wirkte einfach gerade das Imaging, vielleicht jetzt schon fast für mich unerklärlich, gespenstisch gut, da ihr eben, wie schon gesagt, das Gefühl habt, als ob ihr durch Wände hören könnt. Der Klang dort allerdings bei weitem nicht so gut bei Musik, denn die waren doch schon heftig abgestimmt und ich muss sagen, Musik hat mir die nie ganz so gefallen. Das wirkte alle irgendwie so ein bisschen so hallig und ein bisschen weniger ausbalanciert, der Bass ein bisschen schwammig und so weiter. Auch der Komfort war nicht ganz so gut da, aber wenn ihr eben absolut bestes Imaging und eine super Soundbühne wollt, dann wären die zu empfehlen. Aber am Ende des Tages machen die hier nichts falsch. Wenn der Preis demnächst noch fällt, noch attraktiver und eben definitiv für mich das Highlight wäre, neben der ganzen Verarbeitung und dem schönen Design und so, natürlich das Headset-Mikrofon, aber wie wichtig euch das ist eben, das wird eben der entscheidende Faktor, ob ihr bereit seid, ein bisschen mehr zu zahlen und eben mit Blue Voice noch ein bisschen mehr. Ja, war es das im Prinzip schon, was ich zu sagen hatte. Ich hoffe, ich habe euch alles an Informationen geboten, was ihr wolltet. Wenn nicht, gibt es natürlich noch die Kommentare und ich freue mich schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.